In meinem Gehirn so komplex und schwer Verborgen liegen Geheimnisse so sehr Wie unterscheiden wir uns im Denkorgan? Forscher streiten, doch was ist der Kern? Geschlechter Differenz, angeboren oder erlernt Biologisch, programmiert oder sozial konstruiert Hormone tanzen, Östrogen und Testosteron Winzige biologische Nuancen, die keiner versteht Die Hormone fließen, beeinflussen unser Sein Welchen Einfluss haben sie auf das Gemein? Frauen und Männer, unterschiedlich im Verhalten Doch sind diese Unterschiede wirklich so zu erklären? Geschlechter Differenz, angeboren oder erlernt Biologisch, programmiert oder sozial konstruiert Hormone tanzen, Östrogen und Testosteron Winzige biologische Nuancen, die keiner versteht Experimente und Testfragebünden ausgefüllt Zahllose Gehirnskens haben ihr Werk enthüllt Winzige Nuancen mit großen Auswirkungen Die Wahrheit lieb verborgen in den Tiefen der Dinge Geschlechter Differenz, angeboren oder erlernt Biologisch, programmiert oder sozial konstruiert Hormone tanzen, Östrogen und Testosteron Winzige biologische Nuancen, die keiner versteht Es ist außerordentlich, schwierig zu verstehen Was prägt unser Wesen? Woher kommen wir? Die Debatte bleibt offen, die Fragen bestehen Geschlechterunterschiede, ein Mysterium für hier 修 surely P ili P Party 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 Untertitelung des ZDF, 2020